Chris bist du da? Ja. Raus. Aufs Schiff? Ja, auf die Jacht. Die ist ganz witzig. Ja. Ich will Greifhaken haben. Ich will auch ein Greifhaken haben. Erste Runde, das Spiel muss erst mal. Hotkan, Greifhaken, der Erste geht an Sven. Ich werde ihn auch mal geht an Sven. Du bist später rausgesprungen und bist tiefer als ich. Was ist das denn? Einfach bessere Spieler. Besser geflogen. Und ich sage nicht, deine Mom ist besser geflogen. Deine Mom ist besser geflogen. Wir sind übrigens Gegner. Ey, Chris! Mein Greifhaken! Wir sind so Bots und es gibt einen Tresorraum. Hast du mir gerade den Shield-Trank gezockt, Sven? Ich habe gar nichts gemacht. Was ist eine Flowerberry? Oh, ich habe, glaube ich, ein Bot gefunden. Oh, ich habe abgeschossen. Ja, warte, ich habe gerade keine Uni. Aber von wo? Oh, ich habe die Tresor-Karte. Das ist gut. Oh, warte, Chris, hier ist noch ein grünes Schienengewehr. Brauche ich gar nicht. Ja, ich muss ja gerade mal. Jetzt gibt es hier noch so. Den ist doch für dich langweilig. So, hier unten rein. Noch einiges. Bist du schon nach unten, Chris? Hi. Ja, ich bin auf dem Weg. Lass ich durch, Sven! Wie komme ich zu diesen Kisten da drin? Was ist das, oder? Ah, ich glaube, von der Seite kommt ihr da nicht rein, hab ich gesagt. Ach nee, ich kann nur die Machierung wieder durch. Da kommt ihr durch. Da ist das Potter. Da musst du rein. Sven, geh da weg! Ich bin auch weg. Meine Fresse. Anstrengend mit dem Jungen. Oh nein, warum ist mein Schild-Trank weg? Du musst, du kannst nicht... Äh, wer hat das gerade gemacht? Sven, was ist denn dummisch? Hehehehe, das bin ich. Erste am Ziel. Schade. Ähm. Ähm. Wo konnte ich dich nicht an die... Hallo? Oh nein, jetzt habe ich meine lila Waffe weggeworfen. Ja. Danke, Mann. Hier sind noch schöne Schild-Trank. Du kannst dabei ein bisschen bewegen, aber das so weit du zu schnell wirst, hört der auf. Ähm. Und du regenerierst das Schild kommt jetzt nicht, was du trinkst. Was hab ich hier? Shotgun. Shotgun. Okay. Habt ihr noch irgendwas für mich? Äh. Das war das? Das war Schild. Ah, geil. Ne, wir können jetzt hier das Schiff noch ein bisschen weiter looten. Ist doch bestimmt zwei. Oh, das war eine Granate. Wollen wir zu Rewald? Ich will zu dieser... Rizzi Rivera. Ja, du bist ja jetzt... Okay, mal kurz noch alleine, ne? Weil wir noch hier sind. Ja, tun. Ah, ist gut. Ich bin auch ein Profi, ich kann hier auch alleine sein. Holy shit, hab ich grad nen Leck. Holy shit, ich leck übel hart. Ich auch. Ich auch. Wo ist die Truhe hier? Irgendwie... Soll die Grafik hier so sein? Keine Ahnung. Das ist über mir, was das denn? Ich muss hier mal kurz den drehen, auch da, so. So. Ah, pff. Gut, schön schief gehen. Hey, Chris, ich bin im Gym, komm her. Lass uns das Walkout machen. Bist im Gym, lass pumpen gehen? Ja. Ich werde dir gleich so gottlos weggeholt, ich sag's euch. Ich sag, ey, ich glaube auch. Wo bist du denn? Oh, ich hab ne lila. Oder... Oder bist du auch LMP, oder? EK-Sturmgewehr. Ja, okay. Hier ist die Truhe, die ich gesucht habe. Hier kann hier eine Munitionsbox gelootet sein, oder stehen die manchmal offen rum? Äh, nee. Äh, Bots. Wirklicherweise. Hier ist noch ein großer Schildtrank, Bene. Unten? Ja, ich habe ihn gepinkt. I'm coming. Da gibt's auch noch eine Ska. Da hab ich mich gerade fast gemacht. Da hab ich mich gerade fast gemacht. Da hab ich mich gerade fast gemacht. Welche Farbe? Da hab ich mich gerade fast gemacht. Da hab ich mich gerade fast gemacht. Welche Farbe? Du sagst da oben gehen. Grau. Kopfgeldjagd hat begonnen. Beschützt Balder. Ja, auf mir ist ne Jagd. Das ist aber, ja. Kriegen wir hin. Okay, dann lass mal zusammen. Ja, hier, ihr könnt die Sippler ein Verbot nehmen. Ja, aber wir nehmen das Launchpad hier. Okay, ich komm zum Launchpad. Ich wollte zu dieser Rivera Ding gehen. Ja, aber dann watz es auch. Rivera. Sind die noch? Äh, Sven, ist das hier mal noch? Warte, das daneben. Gib dir noch ein bisschen Schild. Was ist denn? Du bist voll. Diese Beere. Voll. Guts. Danke. Oh, ich bin voll weit gesprungen. Nein, ich bin im Wasser. Du bist voll weit gesprungen? Ja, du bist zwei Meter gesprungen. Ja, aber halt über die Reling drüber. Ja, er hatte noch den Effekt von der Beere und die lässt nie weiter springen. Ach so. Okay, wie komm ich hier wieder hoch? Scheiß. Auf der einen Seite hab ich aufgebaut. Wo wolltest du hin, Chris? Ritzi-Rivera. Richtung Norden. Boah, das ist aber... Die Zone wird wieder Richtung Süden gehen, relativ sicher. Ja. Ja, dann nicht. Also wir können da noch hin, aber... Ja, noch Zeit, oder? Ja, schon. Ja, also Ritzi-Rivera, roter Punkt. Ja. Da sind welche auf dem Hügel. On ping? Ja. Noch Hilfe, ey, muss. Ja, Bene, komm. Einer lockt. Muss nachladen. Der hat mir richtig gegeben. Der hat noch einer lockt. Der im Auto. Was ist mit dem Auto? Wo ist der? Wo ist der? Der ist ausgestiegen. Ich muss kurz healen. Ich muss gut schilden. Ben brauchst du Schilde? Ja. Mini Sniper! Wo ist der Brie ausgestiegen? Haben wir noch Minis? Brauchen wir Minis? Kann ich mitnehmen. Ich nehm gerade ein Medpack. Brauchst du ein Medpack? Ich nehm auch ein Medpack. Sniper, Sniper! Ich werd abgeschossen. Ich geh pushen. Komm mit. Alter, bleib doch nicht stehen. Bleib doch nicht stehen. Jungs, ich bin nicht so schnell. Hast du keinen Grappler mehr? Ich hab keinen Grappler, nee. Hab ihn. Das waren unsere Topgate, Leute. Hier haben wir einfach gebumst. Okay, ich hol mir kurz einen Grappler. Äh, wir können noch mal kurz... Ja, gut. Wollen wir... Wenn die von da kamen, wären die das wahrscheinlich gelootet haben, ne Bumst hier, oder? Ja, ich kann mal hier unter dir die Tour aufmachen. Da hinten ist wer? Was bist du? Bist du Freund? Ja, warte, ich geh kurz gucken, ob es Freund oder Feind ist. Lila Sturmgewehr. Gar nicht wahr, es ist ein Motorrad. So, wo geh ich rein? Wiii! Das ist ne Lila Scar, Freunde. Was ist das? Da liegt ne Lila Scar drin. Hab ich. Ey, Sven, guck mal zu mir. Guckst du zu mir? Ne, wo bist du? Ja. Hier unten in der Stadt. Ja. Boah, fuck off. Brauchst du rein? Was machst du da? Ja, jetzt in so'n Dings gesprungen. In so'n Bulli-Deckel. Ah, so'n bisschen quasi. Hast du deine Mutter besucht? Oh, oi! Das brauchst du so'n lila Sturmgewehr. Ja, ich gehst mir da oben drin. Äh, ja. Also, ich hab drei Madpacks dabei. Ich hätt, äh, wenn irgendwer Schildfässer oder Schildfässer oder Schildfässer oder Schildfässer für dich ist. Ich hab hier Minis. Ich hab hier Minis. Ich hab hier Minis. Ich hab hier Minis. Ja, wir können doch hier gucken, ob diese Fässer hier überall rumstehen. Du kannst aber erst einen Mini trinken, dann müsst ihr schon mal weiter. Hier liegen überall noch Minis rum. Ah, ich komme mal. Mach Tür auf. Ah, ich komme nicht raus. Ah, die haben dieses Haus gelootet. Deshalb hatten die so gutes Loot. Ja, dreimal Shotgun Munition. Holy shit. Also, ich weiß, in der Kirche, wo wir uns eben gefightet haben, da standen, da war definitiv noch diese Fässer, die Schild geben. Ganz viele. Wenn wir nochmal zurückgehen. Wir müssen jetzt eh gleich zurück. Aber... Warte, ich hab hier oben noch ne Truhe irgendwo. Ach guck mal, die macht da auch Schild. Ist doch cool. Ah, die macht das mit dem komischen Spreng. Ja, das ist ja nur Tempo, ja. Wie benutzt man denn diesen Grappler? Äh, linksklick ist eine Attacke und rechtsklick ist... ...der Haken. Wenn der... Dein Zielvisier blau ist, kannst du den benutzen. Ich hab'n Lama gefunden. Oh nice. Wird ihr herkommen? Ja, ich bin auf dem Weg. Und der Grappler hat... ...4 Aufladungen... ...die er dann mit der Zeit wieder... ...äh... ...nachlädt. Okay. Ah, das war ja scheiße. Das ist für'n Kack Lama. Holy shit. Ähm... Sollen wir dann wieder für diese Schilde zurückgehen zu dieser Kirche? Also das ist der da, roter Ping? Ja, wollen wir? Ja, können wir machen. Also da gibt's auf jeden Fall noch genug. Ich glaub'n, nachdem ich voll war, aufgehört damit. Hat jeder jetzt von uns ein Grappler? Ja. Glaube ja. Ist doch gut, oder? Ist halt einfach nur lustig. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Also ich bin das letzte Mal damit einfach gut weggekommen, weil Bene... Ja, genau. Da unten sind Leute. Wo? Ping? Ping! Ping! Was ist das für'n Ping, Bene? Bene ist beschäftigt. Ich wurde noch nie so schlecht informiert, wogegnissen. Am Haus. Ich seh' kein Haus. Alter, roter Ping. An der Kirche. Ach, da unten? Okay, ich guck' ganz falsch. Ich hab' aber nur einen gesehen. Ja. Oh, ich bin runtergefallen. Voll Damage. Hebs ihn auf? Yes. Gut. Stellen diese Fässer nicht sogar Leben wieder? Äh, ja, die stellen alles wieder her. Hier ist auch noch ein Biggie, ein großer Schildrank und ich kann euch erst Minis geben. Dann stellen die... Ich hab' zwei Minis. Ich bräuchte nur einen Mad-Kit, falls ihr das habt. Nee, hier sind safe genug Fässer drin. Hier liegen nur noch so Bären. Und eine lila Shotgun. Und Mad-Kids lagen sonst da, wo wir die anderen gekillt haben. So, kommst du zu mir Sven? Hier, guck mal. Was ist das da für eine lila Dings? Ist das eine... Lila Shotgun. Kommt wir zu mir, oder? Ja. Ja, warte, ich komm' sofort. Wo bist du? Äh, ich bin hochgesprungen, damit wir alle mitnehmen. Wohin willst du denn? Ja, hoch. Was ist da um? Was ist da über dir? Da sind so Fässer. Das... Okay, ich mende mich erstmal. Ich bin eh volles Schild. Nee, aber das gibt auch Leben, glaub' ich. Okay. Ja, dann mende ich mich grad kurz noch einmal und dann komm' ich. Kannst du direkt hoch grubeln zu mir. Nice. Oh. Hm, nicht so nice. Oh. Du musst die Kante treffen. Ich kann mich nicht immer selber treffen, sondern. Nice. Und hier sind auch noch, guck mal hier sind wir, wie gesagt, hier sind so viele. Ja, wir sind voll. Raffi. Wie viel Mad Kids habt ihr so dabei? Ich hab' drei. Ich hab' keins. Hast du Schild? Aua. Voll Damage. Ich hab' 50, leben nur noch. Oh, hier vorne liegen Mad Kids, Sven. Ey, du bist... Alter. Ich seh's schon, wenn wir reden, wir lehnen die runter, weil Sven hat mich irgendwo runtergeholt. Gibt's hier noch mehr von diesen Fässern? Da hinten, auf den, da liegen noch Mad Kids. Ja, ein Turm. Oder hast du da jetzt wieder alle kaputt gemacht? Geht der jetzt schon alles los? Ja, da fährt ein Auto auf der Brücke. Und du sollst normal pingen. Ich hol mir kurz das Mad Kid. Ja, das muss ich erstmal Mad. Passt auf mich auf, bitte. Ja, wir können die Zipline übers Boot nehmen. Also, da sollten wir eigentlich erstmal ganz entspannt sagen, oder? Ja, auf der anderen Seite. Da ist halt irgendwann mit einer Medaille, ne? Auf der anderen Seite dann, ja. Wir warten kurz, bis Sven geschildert hat. So, in der Zeit mal alles nachladen. Das passiert mir ja immer so häufig, dass ich hier irgendwie... Hallo, kann ich da wieder drüber springen? Danke. Ich bin ready. Mein Readiness... Mein Technology Readiness Level ist sehr hoch. Verläufig kann ich auch zu euch ziehen. Irgendwann hat mich runtergestoßen wieder. War das Dress? Habe ich nicht runtergestoßen worden? Wahrscheinlich, weil wir gleichzeitig dran waren, oder? Du warst wahrscheinlich nur per Grappler an uns dran, aber das hält nicht ewig. Was ist die goldene Zone? Nee, ich war vor uns. Da oben. Goldene Zone, da hat jemand eine Medaille, der... der regeneriert die ganze Zeit Schild. Das ist jetzt ein Sniper, Sniper macht richtig damage. Da unten ist auch noch einer. Hinter dem großen Baum. Das war hinten runter, oder? Zurück zum Chef. Ich hab Falldamage genommen, weil ich nicht angekommen bin. Ich hab solche Opfer, warum nehmt ihr Falldamage? Ja, ist wirklich so. Das wäre peinlich. Komm dir jetzt hinterher? Weiß ich nicht, aber wir können einfach das Dings nehmen. Das Jumppad? Ja. Das geht zwar nicht so weit, aber ja, könnten wir... Ja, aber Richtung... Ja, aber Richtung... Ich hab hier noch irgendwie Schildtränke oder so. Ja, ich gucke gerade. Ich hab Mini-Schilde auf jeden Fall. Ich hab auch noch zwei Mini-Schilde. Ja. Okay, wir müssen zu denen, das ist schlecht. Äh, jemand von der Zip-Line, linke Zip-Line von der Kill. Die sind vor mir. Boah, ich treffe hier gar nichts. Okay, nice. Einfach mal easy zwei Kills geholt hier. Ach, das waren die Freunde von dem anderen. Braucht ihr was? Ne. Ne. Hier ist ein Sniper, will noch eine Sniper? Ich muss so mein Inventar umgehen, das hat mir gerade im Fight fast das Leben gekostet. Okay Jungs, wir sollten so langsam mal Abfahrt machen, ne? Wir müssen jetzt auf die Zone... Ja, die ist hinter denen. Was ist das hier, Bene? A Maschinenpistole. Geil, ich hab jetzt alles lila. Ja, lass doch einfach hier an die Brücke und dann da zum lila pingen. Ist noch ein guter Ping. Der ist aber nicht in der Zone, mein Freund. Und da ist die Medaille goldene. Lass mal rechts am Strand entlang gehen. Okay, wie du sagst, Honey, Honeypoo. Fünf Teams noch. Ich hab schon drei Kills. Nice. So. Da unten. So eine Zone ist auch schon am Moven übrigens. Deshalb, ja. Das Boot nimmt man mit. Sind die immer noch auf dem Hügel? Ja, die sind noch auf dem Hügel. Die sind noch auf dem Hügel. Ja, und Gegner sind vor uns in diesen Ruinen hier. Okay, dann lass da mal reinballern, oder? Da müssen wir rein. Sonst haben wir keine Deckung. Ja, beziehungsweise wir gehen hier so hinter die und dann... Wir sind gesichtet worden. Ne, sind wir nicht. Ah, du bist schon da. Einer down. Da unten ist noch einer. Down. Rechts. Haben wir die alle? Nein. Der Typ mit der Medaille ist halt in der Nähe, ne? Habe ich. Ist tot, oder? Ist tot, oder? Ist tot, oder? Ist tot. Hatte wer von den großen Schültern mit zu welch? Ich bräuchte einen. Ich gucke, Graf. Ne. Ja, hier ist auch einer. Brauchst du noch einen? Ja. Also, ich nehme mir über den Ping und Ping. Geh mir erst mal das Mettpick. Kannst du den tragen? Sonst nehme ich den mit. Ich habe aber vier kleine... Ich trinke den. Okay. Blauer Ping. Hier ist uns noch auf dem Hügel. Das ist noch eine Flora-Bäre. Hier sind Flora-Bären. Na, warte. Das ist besser. Das sind die nicht Flora-Bären? Nein, Flora. Wo ist halt der... Das Problem ist der Typ mit der Medaille. Der wird wahrscheinlich irgendwo da auf dem Hügel chillen, ne? Ja, zwei Leute. Ja, die sind... Die sind da oben auf dem Hügel. Da oben, on Ping. Wollen wir hin? Also, darum... Wir müssen... Hier ist eigentlich okay. Wir können halt nur kein Fernkraft-Battle gewinnen, ne? Was sagt die Zone? Also, ich habe die Sniper. Wenn wir jetzt hier Lucky Shots... Die müssen zu uns. Die Zone geht wieder Richtung Schiff. Ist hinter uns eine Anhöhe? Ja, lass uns auf die Anhöhe hinter uns ziehen. Die müssen gleich zu uns. Oder sind auch noch drinnen, aber... Also, da oben liegt Loot, ne? Ja, ja. Da oben wird aber auch noch geschossen. Na gut, sehe ich. Oder höre ich nicht. Ja, ich habe diese Visualisierung an. Das ist ganz praktisch. Dann sieht man das. Aha. Du hast auch eine Hex-Zone denn weg von uns? Ey, Jungs, hier oben ist richtig scheiße. Wir haben null Deckung. Ja. Ich habe 116er auf den einen gemacht. Unter dem Baum. Wir haben hier null Deckung, Freunde. Wir haben noch einen ganzen Baum hier. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ja, aber wir können ja nicht alle... Ja, wir können ja nicht alle... Der Baum ist jetzt gleich weg. Der Baum ist jetzt gleich weg. Boah, ich habe mies kassiert, Alter. Der spielt das nicht zum ersten Mal. Ja. Die Sniper sind heftig. Da muss er aufpassen. Hier unten bei mir ist ganz gut. Äh, Zone, move. Wir können Richtung neue Zone gehen. Wo, wo wollt ihr lang? Da, da? Ihr müsst. Hier, das ist am besten so, dass wir nicht getroffen werden. Ich habe keinen Grappler mehr. Chris, du kriegst mal hier gleich noch einen großen Chill-Trank. Bleib mal unten. Juhu. Okay. Eins. Zwei. Da unten ist noch eine Truhe. Lass uns mal... Ja, lass uns mal mit der Zone gehen. Auch schon möglichst nah rein. Aber lass trotzdem versuchen Highground zu halten. Da sind ein paar Medaillen hinter uns, ne? Ja, ja. Scheiß auf die Medaillen. Die bumsen wir jetzt gleich. Ich mache den gleich 3 Nineties hintereinander. Oh, das ist noch ein großer Schild-Trank. Hab ich mitgenommen. Ja, ähm. Die eine Medaille wurde gerade aufgenommen. Alter, guckt euch diese Kreise an. Ja. Komm. Am besten wäre hier so ein Headwitch, oder? Geh direkt vor uns! Hab ich. Buy down. Boah, ich komme mit der Sniper gar nicht zurecht. Zack. Nevermind. Ich komme mit der Sniper zurecht. Am besten irgendwer nimmt die Medaille auf. Ja, ich habe die Medaille schon. Wo sind die hier? Ich habe auch eine Medaille. Also ich kann auch ein bisschen. Ich sehe sie nicht. Wo sind sie? Ich bin der Sniper neben. Hi. Hier liegt noch Sven. Hier liegt noch Sven. Nehmen wir uns. Rechts neben uns. Rechts neben uns. Einer ist gedowned. Ich bin gedowned. Wo? Wo ist Chris? Wo ist Chris? Wo ist Chris? Wo ist Chris? Ich bin der Sniper gespielt. Na ja, wir haben uns aber auch gut bewegt. Wir haben uns früh Richtung Zone bewegt und waren nicht die Dummen, die der Zone hinterherlaufen ein bisschen. Oh ja.